vier fehler die beim text mit einer frau nicht machen solltest weil sie in der regel dazu führen dass die frau dir immer später antwortet irgendwann gar nicht mehr antwortet das interesse verliert und ich am ende gerustet darum geht es jetzt in diesem video und falls mich noch nicht kennst erstmal willkommen auf meinem kanal mein name ist matteo und mein job besteht darin männer bei den frauen erfolgreich zu machen die sie wirklich wollen das mache ich schon seit sehr vielen jahren und wir sind auch sehr gut darin ich mein team und wenn ich das interessiert kannst du übrigens hier unter dem video einfach mal auf den link draufklicken und dann landest du auf einer seite wo du ein bisschen mehr darüber erfährst aber jetzt mal direkt zum inhalt dieses videos ich habe in den letzten wochen von meinen klienten verhäuft fragen dazu gestellt bekommen wie sie richtig frauen anschreiben sollen oder wie sie richtig mit frauen schreiben sollen und habe dann festgestellt dass tatsächlich sehr wenig wissen darüber da draußen existiert wie du es als kerl schaffst dass eine frau sich über den text oder über das texten tatsächlich dann am ende für dich interessiert sich mit ihr treffen will dass das ganze dann auch so passiert dass du bei ihr landest und dass du ja entsprechend mit der lady was anfangen kannst was auch immer das dann sein möchte ja ob du das eine ob dann eine affäre möchtest oder ob du möchtest dass das irgendwie deine partnerin wird jedenfalls geht es einfach darum ich habe festgestellt dass sehr viele männer immer wieder verschiedene fehler machen und vier davon darum geht es hier in diesem video sind einfach wenn du die machst es sabotiert ein erfolg massiv und deswegen ist es mir einfach wichtig heute darüber zu reden also kommen wir direkt mal zum allerersten fehler der erste fehler wenn ich mal wieder bei männern gesehen habe nachdem sie mir ihre screenshots geschickt haben ist dass sie den frauen so eine art wall of text schicken also quasi wenn du mit einer frau versuchst über das schreiben was aufzubauen dann musst du dabei beachten gerade wenn du die frau gerade erst kennenlernst oder wenn du sie jetzt irgendwie über tinder oder irgend so eine app dir geschnappt hast und dann die nummer bekommen hast es ist einfach verdammt wichtig dass du da nicht irgendwie fünf fragen innerhalb eine einzige nachricht innerhalb von einer einzigen nachricht verpackt und es macht auch nicht so viel sinn so unglaublich viel in eine einzige nachricht reinzupacken dass danach wirklich so ein riesiger stück text entsteht weil du hast das problem dass genauso wie es dir wahrscheinlich geht wenn dir eine frau irgendwie extrem viel schreibt dann siehst du zwar okay die investiert in die konversation das macht schon irgendwie alles bisschen sinn aber du weißt oftmals dann gar nicht worauf soll ich jetzt eigentlich antworten und vielleicht antwortest du dann auf die dinge die ihr gar nicht so wichtig waren aber nicht auf die dinge die ihr wirklich wichtig waren und umgekehrt ist es bei den mädels genauso nur dass die meisten mädels im schreiben noch viel schlechter sind als wir kerle ja weil die sind einfach nicht gewohnt dass man da irgendwas richtig machen muss du weißt selber wie es ist ja auf diesen ganzen apps was was passiert es wird einfach von unglaublich vielen kerlen auf eine geringe anzahl von frauen eingeschrieben und entsprechend sind die mädels einfach nicht sonderlich gut weil sie sich nie großartig mühe geben müssen und wenn du dann dafür sorgt dass die frau nicht weiß worauf soll ich da jetzt antworten dann kommt irgendeiner um die ecke der macht ein paar bessere nachrichten und dann schreibt sie halt mit dem ja und deswegen ist es es ist zu vermeiden dass du ihr so eine riesige nachrichten mit unfassbar viel text schickt sondern sei smart schau dass da wirklich maximal ein bis vielleicht zwei fragen pro nachricht drin sind und dass du einfach nicht übertreibst weil dein ziel ist es nicht dass die frau best informiert ist über deinen tag oder über dich oder was auch immer gerade das thema ist sondern dein ziel ist es dass das mädel spaß hat ja du weißt ganz genau hier sitzen sehr viele leute gerade hauptsächlich zu hause und was ist das was am interessantesten ist das was uns spaß bringt ja das heißt versucht da nicht irgendwie ernsthaft zu sein und irgendwie jedes detail zu schicken wenn du dich fragt wie dein morgen war sondern versuche es ein bisschen fanny zu halten und versuche es eben nicht zu übertreiben mit dem text das mal punkt 1 der zweite punkt den ich immer wieder sehe zwei punkt ja wenn ich immer wieder sehe den männer falsch machen ist du solltest darauf achten dass du nicht zu sehr übertreibst mit den smileys schau dass du immer ein bisschen weniger smileys schickst als als die frau ja das kommt jetzt erstmal so ein bisschen schräg rüber dass du dir denkst da sehe ich darauf kommt es an ja es kommt tatsächlich darauf an es gibt zwar studien da draußen ja ich weiß nicht mehr an welcher uni die gemacht wurden deswegen will jetzt nichts falsches sagen aber das ganze google es gibt studien dass leute die mehr smileys verwenden tatsächlich auch mehr erfolg haben im flirt ja das liegt einfach daran dass unsere textkommunikation bestimmte ebenen nicht hat ja also du hörst ja wenn ich jetzt mit dir spreche auch wenn es in der kamera hinein ist du wirst an der tonalität du wirst an der art ich spreche an der sprechgeschwindigkeit und an der insgesamten melodie habe ich bestimmte dinge betonen hörst du halt einfach wie meint er was er sagt so im geschriebenen wort würde sich das ganze viel mehr an das anpassen wie du die welt sie ist und nicht wie es der andere der die nachricht überbringt tatsächlich meint und das ist eben das thema wenn du halt ab und zu mal hier und da ein smiley drin hast dann gibst du dadurch etwas mehr kontext und gibt es der frau auch besser zu verstehen wie du bestimmte dinge meinst aber wenn wir jetzt hin gehst und du machst das wie sehr viele kerle du haust dem die pro nachricht vier smileys rein oder du hast da irgendwie anstand einen lach smiley haus oder drei hintereinander was passiert erstens es wirkt dämlich ja das ist halt nun mal so du hast das vielleicht auch schon gemerkt mit manchen mädels die irgendwie tausende smileys schicken oder die nur in irgendwelchen memes antworten so da denkst du dir auch das ist keine richtige konversation das ist einfach nur bescheuert was hier gerade stattfindet und genau so geht es den frauen eben auch und zum anderen ist es so darauf kannst du auch mal achten gehen wir mal durch die ganzen chats hindurch die du mit bisherigen frauen hattest und achte darauf mit welcher von denen war es so dass die total auf mich abgefahren ist und welche mit welcher von denen ist es so dass ich nicht so sicher war ob das so war du wirst merken die mädels die sehr auf dich abgefahren sind schicken einfach mehr smileys warum weil sie einfach viel mehr investiert sind weil sie einfach emotional viel tiefer in dieser ganzen sache drin hängen und das wird einfach dafür sorgen dass wenn du sehr viele smileys schickst die frau sich dann wiederum denkt okay der typ ist eigentlich der hängt eigentlich schon drin so damit ist ja grundsätzlich in manchen situationen nichts verkehrt aber darf es eine sache nicht vergessen wenn eine frau gut aussieht wenn eine frau optionen hat und du ihr schon relativ früh signalisiert und sei es nur dadurch dass du eben zu vieles mal schickst ja dass du schon übelst auf sie abfährst was sagt der frau das das sagt ihr dass du bereits schon im netz hängst bevor du dir die zeit genommen hast rauszufinden was ist überhaupt ihre persönlichkeit wer ist überhaupt sie als mensch hat sie überhaupt irgendwelche interessanten züge und das gibt einfach nur den eindruck ab dass du lediglich daran interessiert bis einen wegzustecken oder dass du einfach nur schon dadurch beeindruckt bist dass die frau ganz nett aussieht das machen meistens verzweifelte männer oder männer die keinerlei standards haben und das ist einfach uninteressant weil eine frau keinen kerl will der jede frau haben könnte umgekehrt der jede frau nehmen würde sondern die frau möchte einen kerl den auch sie zu einem gewissen gerade erobern muss und deswegen achte einfach darauf wenn die frau smiley schickt vielleicht ein weniger ja oder limitiere es auf sagen wir mal drei bis vier pro interaktion und dann bist du eigentlich auf einem guten weg man kann das jetzt nicht so ganz genau rigide sagen aber ich versuche einfach gerade daumenregel aufzustellen damit du in etwa verstehst in welche richtung das ganze gehen sollte so fehler nummer drei den du unbedingt vermeiden solltest ist dass du einfach nur ein silbig antwort ist naja es gibt sehr viele kerle die selber sagen ja ich bin halt nicht so gut im schreiben und dann schon fragt die frau irgendetwas und dann kommt einfach nur ein jub oder lol oder oder okay zurück wenn du das machst und wenn du das zu oft macht wenn das jetzt nicht irgendwie ein oder zweimal passiert über eine längere konversation oder wenn du das wirklich tatsächlich immer wieder mal bringst dann sagt der frau auch wenn das gar nicht so sein sollte einfach nur okay der kerl ist eigentlich gar nicht so interessiert oder ich nervt mit meinen nachrichten und was passiert damit du konditioniert die frau darauf dass sie dir weniger schreibt und du konditioniert sie auch darauf dass es eigentlich gar nicht so spaß macht mit dir zu antworten weil erinnert dich daran wenn du das letzte mal in der bar gestanden hast ja du hast eine frau angesprochen und sie antworten einfach nur ein silbig was für ein gefühl hat dir das gegeben ja und jetzt vergleiche es mal mit einer frau die du angesprochen hast die einfach nur aus sich heraus gesprudelt ist ja mit einer coolen energie also sie angesprochen hast was macht mehr spaß wir haben es anfangs schon erwähnt es geht darum dass du auch spaß in ihr leben bringst weil wenn du oder deine realität wenn deine welt mehr spaß macht als ihre welt was passiert automatisch sie wird mehr in deine welt hineingezogen und sie hat mehr bock drauf mit dir zu kommunizieren und wird wird ja auch öfter antworten schneller antworten mehr antworten und so weiter ja das ist einfach worum es dabei geht und fehler nummer vier den du unbedingt vermeiden solltest ist dass du nicht ungeduldig bist ja ich merke das bei mir selbst auch wenn ich mit frauen schreibe und du wirst das selber vielleicht auch kennen wenn eine frau hier schreibt und du antwortest nicht sofort und dann kommt in eine halbe stunde später schon eine angepisste nachricht mit warum antwort ist er nicht warum schreibst du nicht oder dass das letzte mal dass ich anschreibe dann denkst du dir doch auch einfach nur oh gott ist das mädel anstrengend und dann hast du schon gar keinen bock mehr auf sie und das ist eben etwas was ich bei sehr vielen männern auch immer wieder sehe der großteil der nachrichten die du eine frau schickst müssen ja nicht innerhalb von fünf bis zehn minuten beantwortet werden klar wäre cool wenn es so wäre aber du kannst nicht diesen standard an eine frau legen vor allem nicht wenn die frau auch noch ein leben hat so wenn sie tatsächlich noch irgendwas in ihrem leben zu tun hat hoffentlich dann solltest du niemals davon ausgehen dass sie einfach nur neben dem telefon herum sitzt und darauf wartet dass du ihr schreibst um sofort zu antworten und deswegen extremer abtöne und was eigentlich auch so ziemlich jeden flirt der relativ am anfang steht sofort killt und auch flirts die schon ein bisschen fortgeschritten sind auch meistens killt ist wenn du als kerl einfach ungeduldig bist und die frau die dann nicht schreibt und du dann sofort wieder eine zweite nachricht hinterher schickst oder eine dritte sogar bei ab drei wird es richtig peinlich schreibt einfach nicht öfter als maximal zweimal und das auch nur in ausnahmefällen warte auf die antwort und vor allem sei da nicht ungeduldig und und erwarte nicht dass sie jetzt sofort dich zur priorität nummer eins in ihrem leben erklärt wenn sie das tut ist das meistens sowieso ein relativ ungesundes signal als meistens eine rote flagge das heißt versuche auch das zu vermeiden und jetzt geht es mir noch einfach darum auch da ein bisschen in die tiefe zu gehen weil die einfach nur oberflächlich zu sagen macht das nicht macht das nicht macht das nicht okay das hilft dir sofort erst mal und es ist auch anwendbar direkt aber mir ist es auch wichtig dass du verstehst was steht dahinter woher kommt bei den meisten männern zum beispiel diese ungeduld die kommt meistens erstens daher dass sie bedürftig sind ja wenn du als kerl keine optionen hast außer diese eine frau mit der du da gerade schreibst dann legst du meistens viel zu viel gewicht in die ganze geschichte hinein und wir leben halt nun mal einfach in 2020 und eine sache muss dir klar sein in unserer gesellschaft ob es dir gefällt oder nicht ist es mittlerweile so dass nur weil du mit einer frau schreibst sie nicht automatisch die irgendwelche exklusiv rechte an ihr übergibt und umgekehrt solltest du das auch nicht tun weil es einfach in unserer heutigen zeit nicht mehr so ist dass die leute das sehen das heißt wenn du mit einer frau schreibst höre deswegen nicht sofort auf irgendwie mit anderen mädels zu schreiben du hast dich ihr nicht verpflichtet du bist nicht mit ihr in der beziehung du hast ihr keine versprechungen gemacht ja damit ist auch überhaupt nichts verkehrt das hält sich einfach nur locker es hält sich im kopf frei und es zeigt dir was ist eigentlich alles da draußen ja haltet ihr erstmal die ganzen optionen warm und wenn du dann merkst okay wir treffen uns hier langsam da passiert langsam was dann dann kannst du in richtung exklusivität gehen aber mach eben nicht den fehler den viele kerle machen mit einer frau schreiben sich voll auf sie fokussieren total bedürftig werden wenn die frau nicht schreibt und dann sich emotional in die situation hinein bewegen die erstens nicht gesund ist um eine beziehung darauf aufzubauen und zweitens dafür sorgt dass du meistens gar nicht erst an diesem punkt gerät ja weil in dem moment wo du bedürftig wirst wo du dann die ganze zeit du antwortest viel zu schnell ja du schreibst dann viel zu viel du antwortest mehr oder öfter bevor sie überhaupt die möglichkeit hat zu antworten du wirst in deinem kopf dann einfach dominiert von den gedanken über diese frau und dann fangen die männer auch an und das machen alle menschen aber weil ich eben männer coach ich beziehe es einfach auf die männer dann fangen die männer eben auch oftmals einfach diese frau zu idealisieren so aber nicht so toll nicht so perfekt ist es so toll aus sie ist so geil aus sie so smart und bla 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 und alles mögliche und was dann passiert ist dass diese kerle auch wahnsinnig oft einfach frauen auf den line gehen die eigentlich nur narzisstinnen sind oder einfach nur sich gut präsentieren können oder gut flirten können aber die eigentlich gar keine substanz dahinter haben weil sie durch diese eigenen projektionen und idealisierungen die dann im kopf stattfinden übersehen was mit dieser frau wirklich abgeht und wenn du einfach viele optionen hast und dann sie ist okay die eine verhält sich so die andere verhält sich so dann hast du auch ein interessanter also ein besser geeichtes mittelmaß daran was eigentlich wirklich das ist was du möchtest und welche reaktion tatsächlich die sind die du eigentlich von der frau natürlich mehr vorstellen kannst ob das ist eine affäre oder eine beziehung ist sei er mal einfach mal dahingestellt ob eine frau mit der du dir vorstellen kannst mehr zeit zu verbringen ja wie auch immer die beziehung dann aussehen sollte die affäre ob das auch wirklich zu dem passt was diese frau hier gerade an den tag lebt und das sehe ich einfach immer wieder dass männer das falsch machen und wenn du dich jetzt fragst okay fuck ich habe gar keine ahnung wie ich eigentlich optionen in mein leben bringe weil ich erstens nicht gut darin bin zu schreiben und zweitens auch nicht gut darin bin mädels in mein leben zu ziehen da kann ich dir sagen du bist ja auf dem richtigen kanal ja wir haben in unserem mentoring programm nicht nur einen coach der komplett für das text game also quasi für das wie du mit einer frau richtig schreibst zuständig ist wir haben auch eine mental trainerin die dir zeigt wie du im mindset genau der kerl wirst der du sein muss um die mädels auch anzuziehen die du wirklich möchtest du hast jemanden nicht der das schon seit so vielen jahren macht und tausende von frauen angesprochen hat der die genau sagen kann hey so und so und so das funktioniert das und das solltest du vermeiden und du hast auch noch eine menge anderer leute die ich jetzt nicht alle erwähnen will so weil es einfach ein sehr sehr großes team ist und wenn dich das mehr interessiert wenn du einfach sagst du möchtest deinen erfolg in sachen frauen auf die nächste ebene eben gerade vielleicht in der aktuellen situation wo es jetzt möglicherweise auch mal etwas schmerzhafter klar wird wenn du jetzt gerade zu hause sitzt und keine freundin hast und aber eigentlich eine freundin möchtest oder wenn du jetzt gerade zu hause sitzt und keine optionen hast und ich mit keinen frauen treffen kannst und dich auch keine neuen frauen irgendwie treffen wollen weil corona oder was weiß ich was sie alle denken dann siehst du daran ja auch diese situation ist eben nur eine die ein resultat ist dessen dass du dieses thema nicht früher für dich geregelt hast und wer weiß ob deine zweite welle kommt ja das soll jetzt kein schlechter verkaufspitsch sein sondern einfach nur wir wissen es nicht ja die einzige die einzige größe zur aktuellen situation die wir da haben ist in die 1919 die spanische grippe und die hatte eben drei wellen so was wenn dann noch mal zwei wellen kommen und dann wieder daheim sitzt und wieder keine mädels hast das wäre einfach schade das wünsche ich mir auf jeden fall nicht für dich und unabhängig ob so extrem ist oder ob du einfach nur sagst hey ich möchte gerne an diesem thema arbeiten ich möchte da gerne verbessern rede mal gerne mit jemandem aus meinem team darüber was wir dafür nicht tun können ja alles was zu machen muss ist hier unter dem video auf den link zu klicken schau dir mal an was dort auf dieser seite steht und wenn ich das anspricht so dann telefoniere gerne mal mit jemandem von uns und unterhalte dich darüber wie gerade deine situation aussieht wie du das ganze in die richtung bringen möchtest oder was du eigentlich möchtest freunde in affären optionen wie auch immer und dann sehen wir ob er da weiterhelfen können und wenn ja dann aber einfach zusammen ja und bringen das auch gemeinsam hin so unabhängig davon ob du das tun wirst du denn ich hoffe ich dir dass das video dir gefallen hat dass die weitergeholfen hat lass mir gerne einen daumen nach oben da ja abonniere den kanal wenn du so nicht getan hast wenn dich dieses thema interessiert ja wenn das relevant für dich ist und ansonsten wünscht dir aber nur einen geilen tag stay healthy ja und bis zum nächsten video bis zum nächsten video Untertitelung des ZDF, 2020